...verlitter Sportler des Jahres vom Team Sporium, Holgan Haji Hassanoglu. Ja, Holgan, Box-Weltmeister. Ich wusste bis vor sechs Wochen gar nicht, dass in Stadthagen ein Box-Weltmeister wohnt. Uwe Kreffke hat es mir erzählt und sagt, den müssen wir auf jeden Fall vorschlagen und die Syrer hat dich gewählt. Ja, wie findest du diese Ehrung, die dir heute zum Teil legt? Danke.